Vielen Dank. Nach diesen Impressionen und dieser klaren Aufforderung, den eigenen Klang zu finden, möchte ich ein wenig auf das Wesen Klang eingehen. Jedes Wort, das hier gesprochen wird und das man versteht, das wird in einem neu erzeugt. Ein Klang, ein Ton gelangt übers Ohr in uns. Trommelfell, Hammer, Amboss, das kortische Organ ist gebaut wie eine Harfe mit tausenden von Seiten. Und die resonieren. Jedes Wort, jeder Klang resoniert in uns und wird dann in Nervensignale umgewandelt. Und dann nehmen wir den Klang wahr und können verstehen oder empfinden oder genießen. Das Genießen setzt voraus, dass wir kleine Unterschiede wahrnehmen können. Und für die kleinen Unterschiede in der Musik, die merkt man am besten, wenn man Instrumente stimmt. Denn Musik hat wirklich nur eine Wirkung, wenn sie in sich stimmig ist und dann kann sie auch eine gute Stimmung verbreiten. Wir hier in Europa sind es gewohnt, wenn wir ein Musikinstrument uns besorgen in einem Laden, das ist auf 440 Hertz gestimmt und die Abstände von Halbton zu Halbton in der Zwölftonleiter, die sind alle gleich und da kann man spielen und modulieren von einer Tonart in die andere. Aber das ist ein sehr eingeschränktes Raster. Weil in unserem Stimmungssystem sind außer der Oktave alle Intervalle leicht verstimmt. Die Quinten werden ein bisschen kleiner gemacht als reine Quinten, weil ein Dutzend Quinten sind ein bisschen größer als sieben Oktaven. Und damit man ein System hat, das regelmäßig aufgeht, das in jeder Stufe die gleichen Intervalle erklingen, wird gleichmäßig schwebend temperiert, nennt man das. Man schafft sich eine Einheitsstimmung. Wer zum Beispiel schon selber eine Gitarre, eine Geige, eine Bratsche, ein Cello, irgendein Seiteninstrument gestimmt hat, der wird feststellen, irgendwo kommt der Moment, da geht es nicht auf. Weil drei große Terzen sind ein bisschen kleiner als eine Oktave. Und vier kleine Terzen sind ein bisschen größer als eine Oktave. Das eine nennt man eine kleine Diasis, den Abstand, und das andere eine große Diasis. Und die Differenz von den beiden Intervallen, das sogenannte syntonische Komma, ist ein Moment, wo für jeden, der sich mit Stimmtechnik beschäftigt, ein ganz zentrales Element ist. Aber in der Musik, wie wir sie gewohnt sind zu hören, Egal, ob Mozart oder Chopin, Wagner oder was auch immer, Diasis gleichmäßig schwebend aufgeführt. Das heißt, rein sind nur die Oktaven, und alle anderen Intervalle, wie wir sie gewohnt sind zu hören, sind unrein gestimmt. Leicht verstimmt, damit es eben aufgeht. Also ein Klavierstimmer muss nicht nur stimmen können, sondern der muss Schwebungen zählen können, um die richtige Verstimmung hinzukriegen, dass am Schluss, wenn der Pianist von einer Tonart in die andere moduliert, das angenehm und gleichmäßig klingt. Und das war ein langer Weg dahin. Die Griechen haben zum Beispiel nur mit Quinten, die entsteht, das ist der Ton oder das Intervall zwischen einer Oktave, also dem ersten Oberton, und der Duodezime, der zweite Oberton. Und dieses Intervall, wenn man das reinstimmt, hat eine Wirkung. Und das ist auch bei den Terzen, die natürlichen Obertöne, die haben eine Wirkung. Darum haben Blasinstrumente ohne Tasten immer eine besondere Stellung oder Wirkung. Die einen kennt vielleicht das Didgeridoo aus Australien, nur ein Rohr, wo hineingeblasen wird. Das Didgeridoo kann nur absolut reine Obertöne erzeugen. Oder hier in Zentraleuropa gibt es auch so ein Instrument mit einer sehr markanten Wirkung. Das ist sozusagen das zentraleuropäische Ethno-Instrument. Und das ist das Alphorn. Und bei meiner musikalischen Forschung habe ich festgestellt, dass genau in den Kulturen, wo noch Hörner gespielt werden, oder Alphörner oder Didgeridoo's sich Menschen sehr genau mit Harmonik beschäftigen. Denn ein Alphorn-Konzert zum Beispiel mit Klavierbegleitung beginnt an einem bestimmten Moment einfach an schräg zu klingen. Weil einfach der elfte Oberton, der liegt so zwischen einer Quarte und einer Quinte, nahe an einem Tritonus. Aber er liegt daneben von unserer normalen Klaviatur. Aber es ist ein Ton aus der natürlichen Obertonreihe. Und wenn man häufig stimmt, dann fängt man an, kleine Unterschiede zu hören, Schwebungen herauszuhören. Und je mehr man sein Ohr übt, kleine Unterschiede wahrzunehmen beim Stimmen, dann werden wir auf einmal merken, dass wir auch sonst im Leben viel mehr mitkriegen. Einfach an Stimmung, an differenzierten Tönen aus unserer Umwelt. Man hört auf einmal Nuancen, die man vorher nie gehört hat. Und dieses aufmerksam, bewusste Hören ist eigentlich der erste Schritt, um den Ton in sich zu finden. Weil man nimmt differenzierter wahr und alle Töne resonieren ja in uns. Also wir sind ein Teil dieser Welt und als Teil dieser Welt resonieren wir in dieser Welt. Die Resonanz dieser Welt lebt in uns auf. Also wir sind auch Klang in dem Moment, wo wir hören. Und dann gibt es Momente, da hört man ein bisschen anders. Und da kommen wir zum zweiten Schwerpunkt oder zum zweiten Thema. Da setzt nämlich die Psychonautik ein. Jeder, der schon mal Zauberpilze gegessen hat, LST gegessen hat, DMT geraucht hat oder Ketamin probiert hat, der weiß, unter Einwirkung von solchen Substanzen klingt es anders. Und darum ist es besonders reizvoll, mal auszuprobieren, wenn man als Psychonautiker interessiert ist, zu wissen, wie wirken eigentlich die Stoffe auf mich? Was verändert das in mir? Höre ich wirklich besser oder weniger gut? Und dann mal probieren, erst mal nüchtern, ein Instrument, zum Beispiel eine Sita, genau, gut und präzise zu stimmen. Die hat viele Resonanzseiten, die hat einige Spielseiten. Das kann also schon eine Beschäftigung von ein paar Stunden oder auch gar ein paar Tagen sein, bis man das Gefühl hat, das Instrument klingt rein. Und dann nimmt man vielleicht eine andere Sita oder eine Tambora und macht das Gleiche unter Einfluss psychotrop wirkender Substanzen. Zum Beispiel Ecstasy. und versucht unter dieser Substanz wiederum das Instrument zu stimmen. Und wenn man dann am Tag darauf anfängt zu vergleichen, dann weiß man nachher, ob es stimmt. Und zwar, man hört es an der Stimmung, dass man unter Einfluss von bestimmten Substanzen besser hört, vielleicht mehr heraushört. Unter welcher Substanz kann ich am besten stimmen? Und das ist auch die Substanz, die die stärkste Resonanz in einem auslöst. Zum Beispiel auch, es gibt Substanzen, denen sagt man empathischen Wirkungen nach. Empathisch heißt, dass man mehr die Gefühle oder sagen wir auch die Stimmung in anderen Menschen wahrnimmt. Und durch dieses gegenseitige Wahrnehmen kommt man sich näher. Also Ecstasy ist bekannt dafür, nennt man auch ein Empathogen. Das sind also Substanzen, die bei uns im Gehirn Spiegelneuronen auslösen. Und diese Spiegelneuronen verstärken die Empathie. Und dann kriegt man mehr mit von den Schwingungen der anderen. Und es ist gleichzeitig auch ein sogenanntes Entaktogen. das heißt eine Substanz, die in einem das eigene Wesen, das Göttliche in einem offenbaren kann. Und die inneren Gefühle, die inneren Wahrnehmungen werden bewusster. Also Psychonautik und Stimmkunst kann man gut miteinander verknüpfen und jedes ist für das andere ein Hilfsmittel. Die Stimmkunst, das Hilfsmittel, sein Reaktionsmuster auf bestimmte Substanzen zu analysieren und auf der anderen Seite die Substanzen um differenzierter hören zu lernen. und wenn man jetzt Musik macht, so kommt es nicht nur auf die Intervalle drauf an, sondern auch auf den Rhythmus, auf das Tempo und auf den Grundton. Und den richtigen Grundton zu finden, das war wie so eine Art Hobby. Wie findet man den richtigen Grundton, um ein Horoskop zu vertonen, die Sphärenharmonien wahrnehmbar zu machen? Und eigentlich das, was am nächsten auf der Hand liegt, haben die Leute lange nicht gemacht. Nämlich die Gesetze der musikalischen Harmonie Lehre, so wie wir sie kennen, mit Intervallen und mit Resonanzen und mit Differenztönen, diese Gesetze auf alle schwingende Phänomene anzuwenden. Denn die Physik, der Akustik beschränkt sich ja nicht zwischen 20 Hertz und vielleicht knapp 20 Kilo Hertz, sondern für Fledermäuse, wenn wir für Fledermäuse Konzerte machen wollen, dann brauchen wir Instrumente, die weit über 100 Kilo Hertz gehen. Die haben also ganz andere Bereiche, in denen sie vielleicht eine Genusskultur der Akustik entwickeln könnten. Und wenn wir die Gesetze der Harmonie lehre, die reine Harmonik anwenden auf alles, was periodische Schwingungen ausmacht, die Rotation der Erde, der Umlauf der Erde um die Sonne, der Umlauf des Mondes um die Erde oder das ganze Planetensystem, die Umläufe der Planeten und das einfach transponieren mit dem Gesetz der Oktave, können wir nach 30 bis 40 Oktaven je nach System uns die Schwingungsverhältnisse anhören. Das ist eigentlich nichts anderes wie eine Landkarte. Als Wanderer oder als Spaziergänger in der Stadt habe ich einen Stadtplan oder eine Landkarte und das sind die Straßen und das sind die Auen und Dörfer und Berge und Seen und ich kann mich daran orientieren optisch, habe ein Abbild 1 zu 25.000 oder 1 zu 50.000 von der Landschaft und kann mir ein Bild davon machen und genauso kann man sich ein Bild machen, ein akustisches Bild, ein Klangbild, wenn man zum Beispiel ein Sonnensystem 35 Oktaven hochoktaviert dann kann man die Pluto als höchsten Thron, dann kommt die Venus und dann die Erde der Mars je weiter außen sie sind die Planeten umso länger sind die Umlaufzeiten umso tiefer sind die Töne und die ganz entfernten Neptun und Pluto das wäre dann der Rhythmus das wären dann die Taktgeber aber so kann man sich ein ganzes Sonnensystem akustisch vergegenwärtigen und das ist vielleicht in unserer Kultur etwas vernachlässigt in Sachen Optik und Lesen und Zeichnen haben wir eine sehr differenzierte Ausbildung an den Schulen und an den Universitäten und es sind weit weniger Menschen die sich mit Klängen und mit dem Hören befassen also das Sehen hat in der Kultur bei uns eigentlich eine Priorität aber wenn man sich mit dem Gehör beschäftigt und sein eigenes Gehör ein bisschen erforscht dann merkt man dass man sehr differenziert sehr viel wahrnehmen kann zum Beispiel das kleinste Atom der Wasserstoff in jedem Physikbuch kann man nachlesen der hat bestimmte Spektren im Ultraviolett Bereich im sichtbaren Bereich im Infrarot Bereich und man kann genau nachlesen mit wie viel Schwingungen pro Sekunden das sind Billionen von Schwingungen pro Sekunden dieses Spektrum entsteht das entsteht weil Elektronen von einer Bahn auf die andere springen und die können nur so und nicht anders und wie die können das kann man sich anhören nämlich wenn man das ganze System einfach 40 Oktaven runter oktaviert ist man im mittleren Hörbereich und da kann man sich die innere Schwingungsstruktur oder die Bedingung die erfüllt sein muss damit so ein Atom existieren kann es kann nur so und nicht anders das ist bei den Naturgesetzen knallhart da gibt es keine Ausnahmegenehmigungen dieses wahrnehmen war natürlich für Psychonautiker besonders interessant dann wie klingen psychotrop wirkende Moleküle nicht angefangen haben wir mit dem Sonnensystem weil der Begriff Sphärenharmonie der geht halt durch die Jahrtausende zurück aber wie klingen Moleküle wie LSD wie THC wie MDMA solche Moleküle lösen bei uns ja eine Wirkung aus und solche Moleküle haben auch ein Infrarot und ein Ultraviolett Spektrum und dadurch dass wir mal Druck Checking gemacht haben also quantitative und qualitative Analysen von auf dem markusierenden Substanzen damit man weiß was drin ist und was man eigentlich konsumiert haben wir uns halt mit Spektren und den Geräten beschäftigt wie Gaschromatographen und Massenspektrometer und man merkt schon an den Messgeräten die heißen mit Spektrum oder Spektra und das sind die Farben im Regenbogenspektrum und da war es natürlich naheliegend diese Moleküle zu vertonen das sind also so praktisch akustische Hochpotenzen Hochpotenzen wer sich mit Homöopathie beschäftigt das sind so geschüttelte und verdünnte Substanzen kann man aus allem herstellen also wir haben zum Beispiel mal sehr systematisch Eigensperma Hochpotenzen gemacht ja da hat mich eigentlich ein Astrologe draufgebracht das war der Döberreiner und der hat mit seinen Schülern Eigenblut Hochpotenzen gemacht C12 und ähnliches und meinte das sei gesund und gut und da habe ich mir halt überlegt welcher Saft ist in mir der vielleicht als Eigen Hochpotenz die Laune gut steigert und dann kamen wir auf die Idee ja Eigensperma Hochpotenzen das heißt bei so einem Workshop heißt das für alle Männer erstmal den Samen in eine Petrischale und dann verdünnen und schütteln natürlich akkroatisch 1 zu 8 verdünnen und immer in Zweierpotenzen schütteln also 64 128 256 und damit man nicht so lang zählen muss haben wir dann ein schönes quadratisches Mandala in die Mitte gelegt und das Hare Krishna Mantra das hat den Vorteil es hat genau 32 Silben und wenn man jetzt 32 mal 4 das sind 128 das ist so wie fast in der klassischen Homöopathie die schütteln 100 und 1000 und ähnlichem und verdünnen aber nach Zweierpotenz nach dem Oktavgesetz so wie auch der genetische Gott konstruiert ist oder viele Strukturen in der Natur und natürlich auf G gestimmt auf den Tageston der hat nämlich die Farbe Orange und hat ein Resonanz Maximum auch mit der DNS Teilung das heißt das ist eine besonders aktivierende Schwingung und so haben wir dann Mantra Singen Eigensperma Hochpotenzen geschüttelt und so kann man sich viele Späße ausdenken wie man durch Erkenntnisse sein Leben irgendwie einfach netter gestalten kann Ein Großmeister in diesem Fach war zum Beispiel Alexander von Humboldt Der war sehr gebildet sprach verschiedenste Sprachen und er war wohl der erste Wissenschaftler aus diesem Lande der so Sachen wie Ayahuasca und ähnliches probiert hat denn der ist in den Anden herumgeklettert und hat da viel ausprobiert und der hat immer gesagt Wissenschaft der Grund für Wissenschaft zu machen ist für den Natur Genuss denn wenn man die Natur ein bisschen mehr versteht dann kann man sie auch ein bisschen mehr genießen und dafür ist er viel rumgereist auf der Welt und hat sich mit indigenen Kulturen befasst und er war also wohl der erste der in deutscher Sprache auch über Rituale geschrieben hat in Südamerika und war mit Schamanen zusammen und hat darüber berichtet und er hat das wohl wesentlich ernster genommen als sagen wir die christlichen Missionare die da nur von Aberglauben gesprochen hatten und den Einheimischen ihre Religion aufdrücken wollten Klang hat auch immer was mit Ritual zu tun wo ich nämlich gerade Religion gesagt habe in den Kirchen und eigentlich egal welchen Glaubens gibt es immer spezielle Kirchenmusik das ist also eigentlich funktionelle Musik Johann Sebastian Bach hat funktionelle Musik gemacht Beethoven hat funktionelle Musik gemacht weil Messen schreiben Oratorien schreiben komponieren das heißt funktionelle weil man will die Menschen in eine ganz bestimmte Richtung lenken und mit der Musik etwas bewusst machen nicht die Militärs haben andere Musik gebraucht die haben Marschmusik gebraucht die war auch dafür gemacht die Leute zu animieren lange zu marschieren um irgendwo Krieg zu führen das ist alles funktionelle Musik es wird oft geschimpft über wenn jemand sagt du machst ja funktionelle Musik die Leute denken das ist nur das was im wahren haus gespielt wird eigentlich ist auch Tanzmusik funktionelle Musik weil der DJ das ist ja praktisch der Schamane an den Turntables der ist ja derjenige der die Zeremonie leitet und es ist ja wesentlich und dafür kommen die Leute ihn ja zu hören dass er sie animiert zu tanzen so weit zu tanzen bis man wirklich in Ekstase ist aus Zeit und Raum wirklich raus also mitten auf dem Dance floor steht und überlegt wie kann ich jetzt eigentlich feststellen ob ich tanze oder ob ich träume dass ich tanze und wenn man in diesen Zwischenebenen gelandet ist dann ist man auch sehr offen für Musik und wenn man dann noch das Licht die Light Show so programmiert dass sie im Einklang ist mit der Musik dann findet in unserem Gehirn eine Art Synchronisation statt weil jeder Bass wird im Gehirn erst in den Ohren wieder hergestellt und dann ins Gehirn geleitet und löst einen Impuls aus und wenn ihr jetzt im gleichen Takt eine Optik habt ein Flashlight dann löst genau im gleichen Takt in einem anderen Zentrum im Gehirn auch einen Impuls aus aber wenn ich das jetzt lange mache und richtig am Moven bin und habe optisch und akustisch so einen Input aber ich tue auch nur meine Motorik im gleichen Takt steuern dann sind die unterschiedlichsten Bereiche in meinem Gehirn in Einklang am Arbeiten das gibt sehr intensive harmonische Gehirnwellenmuster und wenn man sehr lange getanzt hat ein ganzes Wochenende dann hat man sogenannte Frequenz Folgereaktionen das merkt man daran wenn man dann am Montag Vormittag in der U-Bahn sitzt und es quietscht in der Kurve und auf einmal hört man den Rhythmus im Sound das zeigt es gibt eben Nachwirkungen von Musik einen bleibenden Effekt und das ist eigentlich das Wesentliche auch an der Partykultur es ist eine Kultur um mal aus dem alltäglichen Metaprogramm das wir uns schaffen um uns in dieser Welt zurecht zu finden ausklinken uns einem DJ einem Sound Schamane der mit seinem Sound durch uns durch ein gruppendynamisches Gefühl in einem Einklang entwickelt und das ist ein gruppendynamisches Phänomen sowas kann man nicht alleine so ein gemeinsames Tanzen also Robert Sheldrake würde das ein morphogenetisches Feld nennen das ist in diesem Dancefloor ein morphogenetisches Feld ein gemeinsames Energie auf und ab wallen in genau einem Rhythmus und die Intensität die Schwingung die man da erlebt die Halle nach und das ist eigentlich das ja stärkende ich glaube das ist sehr gesund weil so lange tanzen das ist fast wie Spitzensport nur es geht nicht darum ob man Sekunde schneller ist als der andere sondern es geht darum dass man gemeinsam mit den anderen in Einklang kommt da ist eine große Nuance zwischen solchen Ritualen und zum Beispiel dem Spitzensport das ist ja im Grunde genommen eine gewisse Ego-Sache ich bin der Schnellste ich kann am meisten heben und was auch immer aber beim Tanzen da ist es das wirklich gruppendynamische Phänomen und es ist ja bekannt Partys wo gut getanzt wird sind ein beliebter Ort um eben auch psychonautisch zu reisen und da gilt es genauso wie beim Stimmen auf die kleinen Unterschiede zu achten wenn man ein bisschen anders stimmt für einen anderen Zweck hat es eine andere Wirkung und so ist es auch wenn man bestimmte Substanzen miteinander kombiniert je bewusster man das macht je genauer man erst die einzelnen Substanzen und die Wechselwirkungen die man mit diesen Substanzen in sich verspürt kennenlernt umso differenzierter kann man vorgehen und umso mehr wird es auch zum Genuss denn wenn man das beliebig macht so auf gut Glück ohne sie vielleicht zu kennen das ist so wie wenn man auf gut Glück mit einem Gewürz das man nicht kennt irgendwie eine Soße wird von einem Gewürz zu viel oder vielleicht auch von einem Gewürz zu wenig und die ganze Soße die ganze Speise schmeckt nicht mehr ist auch beim Stimmen so wenn man ein Instrument stimmt und ein einziger Ton die schräg gestimmt dann ist die ganze Musik vielleicht ungenießbar und bei den Drohungen ist es auch so nimmt man vor einer Substanz zu viel oder auch die Reihenfolge ist falsch weil es ist ja immer die Wechselwirkung zwischen einem und der Substanz und je nachdem was ich gegessen getrunken habe ja das spielt eine Rolle bei bestimmten Substanzen ob ich Blaukäse gegessen habe weil das ist ein MAO Hämmer ein Blauschimmel Käse und das muss man wissen weil dann muss man anders dosieren also es lohnt sich sich gut damit zu beschäftigen und die Kultur Psychonautik auf der einen Seite Stimmkunst auf der anderen Seite und auf dem dritten vielleicht die Art zu feiern und zu tanzen das ist für mich etwas das würde ich als Weltkultur bezeichnen wenn man auf Partys geht es gibt verschiedene parallele Weltkulturen aber es sind Weltkulturen nehmen wir nur eine Szene raus Trance und Goa egal ob in Japan oder Australien Süd- oder Nordamerika oder irgendwo hierzulande es sind bestimmte Sounds es sind bestimmte Symbole es ist eine bestimmte Ästhetik ja es ist sogar eine bestimmte Speisekarte selten gibt es auf guten Goa Partys Bratwürste mit Pommes aber dafür jede Menge vegane Leckereien also die Kultur und die Wechselwirkung von das was einem genehm ist und nicht genehm Leute die viel Bier trinken die mögen vielleicht lieber Schweins Sachsen und Leute die eher eine Ehe nehmen die essen vielleicht eher vegan also eine Beeinflussung gibt es auf jeden Fall und diese tradierte Kultur diese Art zu feiern die gab es in ähnlicher Richtung auch schon zu Hippie Zeiten der Sound war etwas anders aber in den Morgenstunden am Lagerfeuer beim Chillum rauchen ist eigentlich kein großer Unterschied zwischen einer heutigen Goa Party und einer Hippie Party vor 30 40 Jahren und diese Art zu feiern und das Bewusstsein für Stimmungen das sind eigentlich zwei Bereiche für die sollte die UNESCO die Förderung übernehmen weil heute 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 wie manchmal kommt es ja wirklich vor wie bei Asterix und Obelix da fährt man auf ein Festival und irgendwie drei Kilometer vor dem Festival sieht es aus wie ein Römerlager und da stehen Zelte und Fahrzeuge mit blauen Lampen und Robocops die aussehen wie die Römer und da muss ich einfach an Asterix denken aber der hat auch die klare Botschaft der Befreier war Miraculix und Party Kultur und Psychonautik das gehört einfach wie übrigens auch das ganze Schamanen Wissen egal ob in Sibirien oder Südamerika das gehört als immaterielles Weltkulturerbe geschützt und gefördert und nicht bekämpft wenn man sich vorstellt schon vor Jahrhunderten gingen Schamanen durch die Wälder in Südamerika und haben irgendwie mitgekriegt wenn ich von der Pflanze allein was futtere merke ich fast gar nichts und wenn ich von jener Pflanze auch ein bisschen was futtere merke ich auch kaum was aber wenn ich die mische und zusammen rühre dann auf einmal sehe ich die Welt mit ganz anderem Auge da muss man sich doch fragen was haben Menschen für einen Bezug zur Natur zu den Pflanzen wenn die sowas merken die haben die Pflanzen näher gekannt die haben den Pflanzen Geist gespürt und die Pflanzen Geist haben denen gesagt das und das und das mischen rühren und trinken und auf einmal ist das die göttliche Erwachung in dir der Baum des Lebens der Baum des Lebens das ist auch so eine Geschichte und der Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse dieses alte Testament das ist grauenhaft zum Teil was da drin steht auf jeden Fall das erste das allererste Gebot nachdem die Welt geschaffen wurde hat dieser Gott doch da zwei Bäume gepflanzt war ein Biedermann hat einen Garten angelegt und sagt das ist der Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse und davon nichts essen sonst wirst du sein wie Gott das sagt die Schlange aber vom anderen Baum da darfst du essen das ist der Baum des Lebens also das allererste war irgendwie ein Betäubungsmittel Gesetz vor den Geboten dass man den lieben Gott ehren soll und ähnlichen Späße aber dieser Baum des Lebens ich glaube der hat einfach nicht gewusst was der so enthält weil wenn man sich die Geschichte der Freimaurerei anschaut und den Aufbau des Salomonischen Tempels der Salomonische Tempel der Wiederaufbau der Architekt der hieß Hiram Abif das war ein Assyrer also ein Fremdarbeiter der hat diesen Tempel gebaut dann wurde er umgebracht und seine Anhänger seine Jünger haben ihn zu ehren den Baum des Lebens über seine Grabstätte und das ist eine Akazie und wenn sich mal die Mühe macht und in der Wikipedia Akazie eingibt und klickt dann mal auf Englisch dann findet er eine unendlich lange Liste von verschiedenen Akaziensorten und was die alles so enthalten gibt es heute hierzulande manchmal auf Partys Changa oder Changra genannt das ist stark DMT haltig aber der Tisch ist reich gedeckt in der Natur es ist unglaublich was so Bäume alles produzieren also es lohnt sich da wirklich reinzugucken und auch hierzulande gibt es Pflanzen Rohrglanzglas zum Beispiel wenn man die genießt die haben eine äußerst intensive Wirkung das ist DMT das ist wohl einer der am schnellsten wirkenden und intensivst wirkenden entheogenen Psychedelika ich sage meistens irgendwie Schnellkurs in Erleuchtung weil nach 10 Minuten klingt es schon wieder ab aber das Spiel Zeit ist halt relativ und das sind Ebenen und wenn man in diesen Ebenen dann differenziert Musik hört offenbaren sich Klänge in ganz anderer Weise denn Klänge haben viel zu tun man kann sie in ganzzahligen Verhältnissen beschreiben wenn sie ganz wohlklingend sind und die Struktur der Klänge so wie sie in uns wirken auf solchen Substanzen das ist ein Forschungsgebiet ja da muss ich sagen das ist einfach Wahrnehmungs und Bewusstseins erweiternd und drum ist das ein Kulturgut das politisch gefördert werden sollte und nicht diskriminiert werden sollte Applaus Psychonautik hat sehr viel mit Selbsterkenntnis zu tun und Psychotrop wirkende Substanzen sind Werkzeuge so wie ein Schreiner ein Hobel ein Hammer ein Schraubenzieher hat so sind diese Substanzen wie das Mikroskop für den Biologen oder das Fernrohr für den Astronomen es sind Werkzeuge mit denen wir die Synapsen in unserem Gehirn für ein paar Stunden anders triggern die Wahrnehmung verändern und durch diese veränderte Wahrnehmung ein neues Weltbild kriegen jede Substanz andere Wahrnehmung anderes Weltbild je mehr verschiedene Substanzen desto vielfältiger das Weltbild desto vielfältiger die Dimensionen in dem man wahrgenommen hat und ich kann nicht erkennen was daran irgendwie schlecht sein soll zumal in den Erklärungen der Menschen und Bürgerrechte 1789 in Frankreich sag ich gut daran zu erinnern die Menschenrechte wie wir sie erkennen sind kein Erbe der Kirche nicht die Bischöfe nicht die Priester nicht die Pfaffen haben uns das aufgeschrieben dafür gekämpft das waren die Revolutionäre in Frankreich zu einer Zeit als hier Polizisten rumliefen und Kaffee schnüffelten weil damals war Kaffee das Übel und alles schlimm so wie heute andere Substanzen alles schlimm ist die Gesetze ändern sich die Substanzen bleiben und dafür sind wir eben auch politisch aktiv zum Beispiel bei der Hanfparade jedes Jahr eine Demo machen für die Freiheit zu genießen und einfordern was in der Erklärung der Menschenrechte steht jeder Mensch hat das Recht so zu genießen wie er will solange er den Genuss anderer nicht beeinträchtigt und das ist die einzige Grenze und das ist die einzige Grenze wo Freiheitseinschränkungen rechtfertigen Belästigung von anderen aber wenn ich irgendwelche Substanzen konsumiere tue ich andere nicht belästigen darum gibt es keinen vernünftigen Grund im Sinne der Erklärung der Menschen und Bürgerrechte das irgendwie zu verfolgen oder Strafe zu stellen oder auch sonst was das ist ein Grundrecht wie Religionsfreiheit so verlange ich auch Drogenfreiheit und damit man die nicht missbraucht dazu braucht es eben Drogenkompetenz Drogenmündigkeit sich frei entscheiden aufgrund von Wissen aufgrund von Erfahrung von Kenntnis das will ich und das will ich nicht und schließlich einfach Drogenautonomie autonom ist genau das Gegenteil von abhängig abhängig sein ist nicht schön autonom sein es ist schön selbstbestimmt nicht fremdbestimmt und so ist das Gegenteil von Drogenabhängigkeit Drogenautonomie und das müsste das Ziel einer Drug Education sein Ja wir werden hier jetzt in diesem Saal Akasha und Alexander genießen können und die werden aus dem Sonnensystem verschiedene Planetentöne spielen Synthesizer und Geige und ein Stück wird hier Akasha alleine spielen und das ist Silizium die Atomvertonung vom Silizium aus Silizium wachsen Kristalle und früher und vielleicht Jesus auch heute noch die nehmen dann ein Kristall und hängen sich den um den Hals und Kristalle sollen Schwingungen haben und heute haben wir meistens Silizium ja in der Hosentasche oder auf dem Schreibtisch weil ohne Silizium funktioniert auch kein Rechner also Silizium ist ein recht wesentliches Element was mit Schwingung zu tun hat mit Kristallwachstum und deswegen gibt es heute mal kein Wasserstoff sondern Silizium als Sound sind wir so weit ja dann danke ich für die Aufmerksamkeit und hier Akasha und Alexander mit planetarisch gestimmter Musik rein diatonisch ein sehr entschleunigendes Klangerlebnis viel Spaß ä Applaus �몇 Gäste K entender K Her 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 Applaus Applaus